Passiert hier nix mehr, ne? Kann das sein? Ja, ich frag mich, ob das dann wieder abstürzen wird, wenn er dann alles scannt. Das war der Schrankfehler. So und so sollte sie die ganze Zeit funktionieren. Ne, das ist doch kein Schrankfehler, oder? Das sind Schrankfehler. Ja. Ein Schrankfehler. Schon wieder? Hm? Ah fuck, ne. Jetzt reloade ich den Sound. Ich wollte eigentlich den Schrank reloaden. Mit der Anzeige bringen wir. Ne, der ist grad nicht. Gott, das dauert halt auch immer so lange, ne? So. Zieht einfach Strom auf, wir können uns hier pimmeln und das wird so ganz halt automatisch laufen. Wir recken gar nicht mal schlecht. Was auch immer. Ach! Da kommt ja so ne kleine Mini-Fabrik hin. Irgendwie lädt er das nicht. Guck ich mal was du da veranstaltet hast. Bin ja schnell wieder weg. Wechsel doch gerade. Ja ja. Ja und? Mir doch egal. Mir doch egal. Die Leute. Die Leute. Oben. Aha. Das kommt da hin. Aha. 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 Aha, du bist behindert. Warum? Nur so. Aber dich jetzt schon wieder behindert. Darum. Du musst doch keinen Grund haben. Weißt du das? Doch. Das kann doch kein Junkfeeler sein. Das ist Dark Oak. Hm. Vielleicht doch. Vielleicht nicht. Ich hab keine Ahnung. Hattest du jemals Ahnung? Ach so, ich. Frag dich. Ja, was Booth wird. Ich hab ganz Booth für dich. Wow. Genau. Was das denn ist. Ich häng in so'n komischen Schunk. Ich bin grad drunter gerutscht und das ging gar nichts. Oh Gott. Das sieht man auch in der Aufnahme. Auch merkwürdig. Ja, vielleicht halt den Schunk. Musst du den Schunk nochmal fixen. Oh. Firewood. Black of Charcoal. Das ist die Braune. Okay. Das wird mit mir einfach wieder lind. Mit mir einfach wieder lind. Ja. 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 Ich hab' ich nicht. Dip 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 dedede dedede. Oh nein. Ich setz kein Bäck mehr auf den Rücken. Noch im zweiten reicht das mir. Ich weiß gar nicht warum. Warum war halt nur Essen, ne? Aber. Ja, war nur Essen. Essen ist wertvoll eigentlich. Ja. Das ist Dark Oak. Okay. Hier sind das die. Was mit Dark Oak? Ich brauch' Dark Oak. Was da mild. Ich hab' ich das Haus bauen. Aha. Wo ich noch davon welche habe? Hm. Wir sind überall Schunkfehler. Ich hab' es auch neiner Schunkfehler. Na ja. Fick dich. Du bist'n jetzt wieder so frech zu mir. Hab' doch gar nichts gemacht. Nein, nein. Du doch nicht. D-d-d-d-d-d. Nee. Redwoods Zirkling. Nö. 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 Vorsicht später nochmal. Da. Ouch. Autumn. Durchlaufen lassen. Das ist der abgehackte Berg wieder. Abgehackter Berg. Da ist der abgehackte Berg. Da ist der abgehackte Berg. Der angekackte Berg. So, wo krieg' ich jetzt wahrscheinlich mehr raus? Ja. Aus der Seckmüll krieg' ich da auch noch was raus. Ja komm' hier. Wo hab' ich gelockt. Na so ist. Bone Meal. Seckmüll. 61. D-d-d-d-d-d-d. Naja. Na merke. Tue nichts auf'n Rücken. Hm. Weißt du sowas? Also du hast ordentliche Rüstung, dass du nicht so schnell... Ja, aber kannst du auch sterben von... Das ist abgesehen. Aber nicht so schnell. Dennoch kannst du sterben. Ja, aber nicht so schnell. Nee. Ah, ich kann ja schon mal was machen. Ja. Hm. V-Mium-Buch erstellen. Hm? Das V-Mium-Buch. Das ne? Kann sein, dass er grad'n bisschen leckt. Ging das denn nochmal? Hm? V-Mium-Buch. Das ist ein ganzes Bücherregal anklicken. Ich weiß es grad'nicht. Ok. V-Mium-Buch. Ja. V-Mium-Buch. V-Mium-Buch. kommen wir denn zurück über die seite so die kleinen diese komischen kleinen grauen golems die mein ich kann dunkel der table great wood so cherry wood irgendwas mäßiges leck das kommt bei mir leck leck das so richtig hängt noch im schlafmord geht nicht ist hell ja aber ich denke trotzdem weil ich gerade ein baum abgebaut habe so bringe ich den ich kann die magie nach oben bringen so sieht es aus das ist natürlich auch schick ich will hier raus komm hier nicht raus kannst du mit escape nicht nein soll ich dich teleportieren zu mir ja einfach war das tp also tp zentrums zu fälsch bist du hier hänge immer noch so drin für funk gucken ob jetzt noch ist das gekickt ja ich habe keine andere lösung gefunden warte mal game mode 1 ok geht oh damn ja jetzt bin ich wieder raus danke cut und der baum steht da wieder ja alles klar research table ok packen wir ein oder ist das ein anzeigefehler warte mal ähm ne hm das trifft mich doch ein bisschen like ah ристklark reist woher sie auch die ganze hell ab damit die ganze hell i garista ich wollte gerade nur die etage tiefer mich buddeln hat er ganz abgerissen das wird der lambart ex ich dachte er macht nur so so ein für 9 klatsch der auto ordentlich gleich alles weg nervig 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 ich weiß nicht ob ich das da lass oder jetzt hätte man so weiter weg nach oben zu latschen irgendwo fehlt jetzt holz ich weiß es nicht egal lassen wir mal hier kommen ok habe ich komm mal ein blauer weg rein muss ich mal wieder rausholen und da so vmk 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 o white seat jetzt sind die schankfehlern weg was doch ich weiß nicht mal die wollen die wieder haben nö nö kriegen sie einfach nicht färm kräft färm kräft färm kräft das brauche ich nicht sag mal so schnell wie möglich passiert es wieder ja ja ist ja egal ging ja schnell dass er wieder lief magst du mir ein bisschen essen in die back tun und ein bisschen mädchen gut mit erreichen jetzt das sandwich und mitnehmen das haben wir hier ist diese komische plöre wieder das ist durch das gebiet feder und tinte dass sich die farbe wieder ändert feder und tinte feder und tinte 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 wir haben auch enchantment plus drauf ach ne wir können ja eh nix mehr verzaubern wir haben keinen enchantment plus hier nicht in diesen enchantment table ja den normalen enchantment table kannst du rüstung verzaubern schnell aber ich hab' meine ne, bei, in de ender em, ah, oh, oh ah, oh Würde ich besinnen oder ich bin da ja fast den damal ich brauche ein tintensack ist das denn das gelbe ver Patriots da ist ein tippensack ein fläschchen ne feder und ein tippensack so viele magic woods gibt es gar nicht ne mit silber wird da kommt ja mal was reingetan ich muss mal wieder der weg suchen der karender zeppling und magic wood zeppling der karender sind die lila bäume und magic zeppling ist gut soll ich das mal rausnehmen ich hab's ja auch great wood zeppling reingetan das ist ganz gut magic wood der karender ja ja karender holz kann ich nichts mann wenn du sagen wenn du wieder Platz brauchst ja passt grad das andere was ich nicht brauch schmeiß ich ins system rein ja wieso nicht so